Moin Moin, Legon Rouge hier, weiter geht's. Wollen wir mal vor die Chaos Gate Demon Hunters. Wir haben uns entschieden, wir marschieren hier rechts rum. Naja, ich hab mir auch fast gedacht, dass die Flanken gesichert sind. Ah, ist sogar eine gute Entscheidung. Das da hinten könnte sogar eine Blüte sein, die ich einsammeln kann. Wir brauchen nämlich mehr. So, ich muss dran denken, wir machen keine Kritze in dieser Kampagne, also in dieser Mission. So, mein Apothekarius. Und ein schwerer Waffentyp. Ein Pertodon. Boah, 25% Blüte, ne? Das ist halt aber auch... Ist auch eine Hausnummer, wenn ein Eddie ist. Was ist Ihr will? Seeking, der Tinten. Nice. Was ist Ihr will? Ich bin mit Ihnen. Unleash mich! Ja, Sir. Ja, Kommand. Ich bin mit Ihnen. Na, ich bin mit Ihnen. Wie? G seedlich. Ich bin mit Ihnen. Ja, ich bin mit Ihnen. Ich bin mit Ihnen. da hat er für lebenspunkte 6 darauf ach ja steht da ja auto feuer das klappt hätte funktioniert nicht da kannst du kneten ja blüte ist echt ich mach mal den hampelmann weg was auch immer der hier hinten macht so gar nicht da ist Ah, guck mal, dahinter ist da. Das ist nur Saat. Ich komm eh auf nächste Runde. Hm, ich hätte die Saat schon gerne. Ich kann den platt machen, ohne dass ich getroffen werde? Ach so, weil ich den Nachkampf ausgewusstet habe? Öh. Crit-Verbundbarkeit, 25%. Ja, es reicht aber nicht. Hä? Gesamt 0%? Ach ja, äh, ist das die Mission, wo ich keine Crits mache? Ja, natürlich. Toll. Das wurde zwar angezeigt, aber nicht... Das ist ja der. Na gut, dann krieg ich ja die eh nicht. Dann kann ich ja probieren, was ich hier will. Ich bekomme die ja eh nicht. Ich bekomme die ja eh nicht. Dann war das der Move nicht so schlau. Ich hab das mit den Crits vergessen. Ja, das ist der Halb. Keine Terminator-Rüstung hat, macht die ihn so schwach. Ich hab das mit den Kritschen. Wir schlafen die Kritsche. Ja, das ist der Fall. Ja, das ist der Fall. hab ich jetzt schon die blüte getriggert das war ja mal total für die katz wirklich feier mal das machen wir neu das war ja totaler bullshit das war das war ja 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jetzt sind ja sogar andere Loll, jetzt ist das ein Plague Marine Ui, der ist sogar mutiert, der mich nicht alles täuscht Oh, warte mal, der ist doch bestimmt mutiert Ja, erschöpft, Angriff erschöpft Na, klasse Die auch mutiert? Die sehen so anders aus Ja, die sind mutiert Ist nur für eine Mutation Sturmgewehr erschöpft On the right Ja, die sind mutiert 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 3 AP Fast So, dass wir noch dran vorbeikommen Es war auch angezeigt, dass die mit tot sind Alter, wirklich Ach man, das war auch alles angezeigt, dass die tot sind Jetzt beleben die natürlich wieder Ach man, die Anzeige war heiß tot Na hin, werden sie im Feuer gewinnen Sterben sie aber eben gleich Na ja Unleash me So, hat der jetzt keinen AP-Punkt dazu bekommen? Bringen die keine AP-Punkte dazu? Gut Ich bin natürlich komplett gespielt Für nichts und wieder nichts Ich dachte, ich kann mir den AP-Punkt dazu holen Jetzt hat er sich auch noch einen Was? Wieso hat denn der Was? Ich habe ihn auch nicht gesehen Ich habe ihn! Ich habe ihn Phäzen Untertitelung des ZDF, 2020 macht eigentlich erschützt schaut wahrscheinlich ab Kumpel was macht er jetzt ist wirklich naja, da ist er mir nicht was erschöpft macht so, wir versuchen jetzt hier oben irgendwie hier hinten zu umlaufen vielleicht schaffe ich das irgendwie wir werden eigentlich auch das Ding hier hinten haben aber vielleicht nicht mit dem rumpelnden Charakter guck mal, da ist noch einer drüber nach jetzt dort jetzt wo es ich 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 es Ich bin mit dir. Was ist deine Wille? Auf der Seite. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Meine Blüten ist dir. Auf der Weg! Wie hat er sich denn hinbewegt hier? War doch gerade einer. Da hinten ist er. Oh, jetzt... Noch einer. Okay, da sind zwei Stück, sind da. Zwei Stück. Das ist quasi der, der zur Blüte gehört. Das heißt, ich gucke, dass ich den hier hinten zur ersten komme. Alter, der Türöffner, ey. Jetzt hab ich wieder beides gepullt. Ja, ich hab wieder beides gepullt. Okay, was haben wir denn hier? Nahkämpfer, Nahkämpfer, Nahkämpfer. Soll ich den Priester? Oh, jump hier. Jump. Bis drüber. Bis tatsächlich hier, bis nach da hinten. Das ist sehr gut. Was ist dein Wille? Was ist dein Wille? Den Platz hätte ich gern für... Fluss. Auf der Eis. Auf der Eis. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Nahkämpfer, Nahkämpfer, Nahkämpfer. Das ist ja jetzt nur noch. Ich darf die nicht töten, weil die sich sonst wieder belegen. So, wenn sie reinlaufen, dass sie quasi den Schaden kriegen. Der rennt zurück. Er hat extra ein Schild deswegen bekommen. Sehr schön. Genau so hatte ich mir das gedacht. Ha! Und geparriert. So, hier hinten wäre ich den Grammatik. So, hier hinten wäre ich den Grammatik. Wenn ich in eine Seuchenzone kommen muss. So, hier hinten wäre ich ein Schild. 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 gut, dann krieg ich den mit feier ausgescheidet, von oben gut, dann krieg ich den mit und dann krieg ich den mit und dann krieg ich den mit und dann krieg ich den mit gut ab so macht so viel Das ist ein guter Ort. Das ist total hart. 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 hart. Das ist total hart. hart. Das ist total hart. Das ist total hart. hart. Das ist total hart. Das ist total hart. legitimiert. Das ist total hart. Das hat man sich auf jeden Fallon wieder zurück bekommt konnte aber quasi unendlich viel her teleportieren gut da kommen wir nicht mehr hin da kommen wir nicht mehr hin dann machen wir hier schluss für heute soll wieder eine etwas längere folge geworden aber schadet ja nicht was längeres dabei macht ja spaß dann schönen tag wir sehen uns dann beim nächsten mal und ihr wisst schon möget ihr im licht des emperators gedeihen und zu ruhmreichen heldentaten verleitet werden wir sehen uns dann haut rein ja 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 ja